Hey Leute was geht ab? Mittlerweile ist Tag 10 im Juli und gestern habe ich noch ein bisschen an den Wostroianern rumgearbeitet. Habe erste Highlights zugefügt. Hier sind noch die Augen zugemalen und das Emblem am Helm. Ich zeige euch noch den anderen. Ich habe morgen und heute einiges zu tun deswegen werde ich nicht zu malen kommen. Ich habe hier bei der Base auch noch ein bisschen Schießpulver hinzugefügt, den Mörser fertig gemacht und auf die Base geklebt. Jetzt zu meinem Lieblingsmodell. Ich denke das ist er hier. Ich glaube das ist auch das Modell was mir am besten gelungen ist. Ich habe den auch schon mal in einem Video gezeigt. Dann habe ich die Haut und die Panzerung habe ich mit der Airbrush gemacht und der Rest wurde mit dem Pinsel gemalt. Ja, das ist es. Der Höllenschreiter aus der Dark Vengeance Box. Das war es von mir. Bis die Tage. Tschüss.